Und ein wunderschönen Gutebois, ja? Sehen wir da, Remnys? Dig 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 dig? Ja, komm. Komm, Thomas, komm hier. Komm, over here! Komm, up, 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 dann. Dann, ja. Aber das ist so ein bisschen entspannt, dass der Titel von der Schicht. Wenn immer so weit ich will. Minecraft ist immer entspannend. Minecraft ist immer entspannend. Ich hab's anschaustbar gehabt, die Leads. Äußerst fällt die Permanente hoch. Das ist nicht entspannend, das schießt nach weit. Die Leads zuerst fällt die Hände mal um. Du? Ich hab's geliebt und jetzt nicht etwas entspannend. Du bist fast wenn ich hier oder nicht nicht bin. Dann aber die Permanente hochfällt, das stimmt ja. Wieso? Okay doch. Einfach mit dem Feldhäu gemacht. Was für die Sussmann. Feld in. Feld der Bar bestimmt in. Feld der Bar bestimmt in. Feld der Bar bestimmt in 2, 3. Hm? Ich bin gespannt, wie sie hier sind. Voll schon. Also. Moment. Ah nein, ich muss hier. Geht's noch. Ich kann nicht zu viel. Wenn hier einfach durchstungen. Wenn hier mein Messer gelabert. R.K.A. Schwert. Ich kann nicht zu viel. Ich kann nicht zu viel. Ich kann nicht zu viel, dass der Scho. Wenn er durchstirft. Ich hoffe, dass mein Fehler war. Ich kann nicht zu viel. Verstanden? Ich kann nicht zu viel. Ich kann nicht zu viel. Ich könnte nicht zu viel. Verstanden. Wenn du nicht in. Nein, also am nochmal virtuellen Kreator. Ich kann's nicht zu leben. Ich kann es zu leben. So ist es wirklich. waldnobiliärends wert so ein bisschen richtig steht mal gesagt versuch uns zu sehen Oh, what the f**k? Das ist schon ein Gang, hier zu klatschen. Hoppala. Warte mal rein, rein rein. Oh, wir löschen das Deck und das Erd. Und jetzt sind wir da. Da muss ich ja noch die Klänge, hier schon noch verschrafen, wenn ich noch das Erd kriege. Ich schlug mich an der Erde an der Küste, das ist schon mal zu tun. Ich schlug mich so gut durch auf, hier. Ich schlug mich an die Flasche, hier. Ich schlug mich an die Flasche. Ich schlug mich an die Flasche. Oh, ich schlug mich an die Flasche. Ich schlug mich an die Flasche. Oh, ich schlug mich an die Flasche. Oh. What the f**k? What the f**k? Dann geht halt mal da vier rein. Wenn die Diamante fünnt, dann kann ich auch sagen, wenn Diamante macht, gell? Ich bin nicht so ein Mott in der Hülle Ich bin nicht so ein Mott in der Hülle Ich weiß nicht, wo ich schon gesehen habe Ich bin nicht so ein Mott in der Hülle Ich weiß nicht, wie ich es nicht Okay, wir müssen uns schlafen Und... Hopp. Wurschtli. Gute Nacht schon, bye. Äh, hoi. Tick, 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 tick. Ich kann sie noch mehr weiter mit dem... Mit dem... Mit dem Ding hier... Schließt mit dem... Die könnte ich bis zum einen gewissen Mousse machen. Aber auch nicht viel mehr weit. Richtigerweise kann ich ihn... Einfach mit Klängen... Wasserbohr machen... Und dann rüber... Mit... Sieben Felder, die ich hier besorgen würde. Doch, und ich sieht hier... Das high... Tutti auch... Letzt, das aber... Faham, so gesehen aber besser aus. Tick. Da. Ja... Quatsch, ich kann nur wahrscheinlich nicht machen. Oder zum Schluss... Gucken... Oh, ich kann doch flaschern, jetzt wird es wieder gebraucht. Ähm, ich setz mal nach der Zoom rein. Okay, jetzt ist ja ein bisschen mit dem Zoom. Kannst ja vielleicht so. Oh, ich habe schon genug Zoom. Weil ich weiß, dass ich nach Zoom hier kann. Das ist eigentlich ein Schuss zur Dekoration, was der Titan beschreibt. Wieso es nicht? Only Decoration? Das ist auch von dem Raum wieder ausgesagt. Alter, mein Frigo scheint so komisch gereicht. Das ist riesig, wenn ich die Frigo und die Kummer höre. Beim Büro um mir heim. Schlebt eins doch. Okay. Ich will den... ...derte Modul nach der Versch. Okay, ich werde jetzt den Modul nach der Versch. Dann... Uh, ich kann gleich den Erd und Klatsch bringen. Dann... Ähm, ich werde ihn noch holen. Ja. Scheiße. Ich werde überalls hin am Fe жеbaut. Jaa... Dann bin ich gecheatet. Du hast einen Cheat, und ich kann es nicht sagen. Jaaa... Gell? Dann hol ich jemanden. Ich hab ihn voll heige Cheatet. Ehhhhh... Neee... Ehhhhh... 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 Ah nee, das skirt! J'ai un que jette. Ohhhh... Well, dasали, las escuchait... Na, ist geschickt. Was heißt das? Hopp, arm. Boah. Da könnte noch ein Mikro ausgeliefert. Mehr, dann, äh, du nötig hast auch schon geschlecht. Ich geh zu mir nach. Heiserie war gut. Ach, ich geh zu mir nach ganzer Riva. Dann, ich geh zu mir. Busplanktage. Oh, da sind die Höhle drin. Ich geh zu mir nach ganzer Riva. Dann, ich geh zu mir nach ganzer Riva. Ich geh zu mir nach ganzer Riva. Ach, wie soll ich zu uns? Wir klangen, äh, Stahl machen, klangtäuschen. Ich geh zu mir nach. Ach, ich geh zu mir nach. Ich geh zu mir nach. Ich geh zu mir nach. K. Wir geh zu mir zu Riva. Wie soll es emphasieren? In der nächsten Richtung, in der nächsten Richtung nicht zu sehen. Auch auskommen müssen wir ihn noch mal irkschrauben. Irgendwann. Die ihr rum answerieren. Naja, es ist mir zum Beispiel jetzt zu mir anschauen. Bei der meintenσω am dieser Rivia. Das ist einfach zu sagen, nicht einfach als Verschule, und dann... Ähm, nein, ich muss das erzählen. So können wir nicht die Summe, da geht das. Also... Tschüssikowski an...